Wir kriegen heute ein paar Dingers. Okay, Gene, du bist meine Freunde, was geht ab? Heute spielen wir Richtig oder Faust mit dem lieben Wayne und mit Midosh. Was geht ab? Heute werden ein paar Dingers verteilt. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Ihr wird nicht viel gelabert. Wie viele Autos sind in Deutschland zugelassen? Das haben wir schon. Wie tief ist die tiefste Stelle des Ozeans? Ich will kein Ding. Fick ich mein Leben, Digga? Okay, ich hab's. Ich hab's, ich weiß nicht. Eins, zwei, drei. Okay, ich hab's. Hast du? Nein. Mach's doch jetzt. Ja, komm. Okay, auf drei. Danke. 3.000 Meter. 50.000 Meter. 3.000 Kilometer. 11.000 Meter. Ich kassier. Und wen? Du kassierst. Schlegst du mir auf die Rippe, schlagst du dir ins Gesicht. Oder? Oder hau hier hin. Hier, genau hier. Alles gut. Wie gesagt, schlegst du mir auf die Rippe, schlagst du dir ins Gesicht. Oder übertreib mich. Das ist zu hoch. Hier unten. Genau so. Hier, ne? Da. Dabei, dabei. Okay, fangen wir doch an. Wie hoch ist die Auflage der Bild-Zeitung? Eins, zwei, drei. Okay, warte, warte, warte. Okay, ich hab's. Sechs Millionen. Eine Million. Drei Millionen. Eine Million, sechs. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Wollt ihr tauschen? Dann gehen wir noch mal. Voll an. Ah, knackig. Egal, ich wusste gar nicht, dass mein Bonus nicht erwiesen ist. Der war knackig. Nein, leider war auch nicht so toll, deswegen hab ich auch. Wie viel Prozent der Menschen leben in Asien? Auf drei, eins, zwei, drei. 35. 17. 47. 30 Prozent. Ja, ich wollte sagen, Amidi, du bist raus, Bruder. Ja. Kommt rein. Ja, war locker. Deckel. Wie viele Produkte gibt es auf Amazon-Stand 2018? 2018. Produkte. Kann man so viel überhaupt tippen? Ja, ich hab. Ich hab. Eins, zwei, drei. Zehn Millionen. 30 Millionen. Nein, drei Milliarden. Eine Milliarde. 229 Millionen. 200? Ja, ich schwör war unser wenig. Ich hab' noch nicht locker. Junge man, ich hab' noch mal. Wann? Ich mach' locker, Bruder. Oh, hinterher? Ja, woher? Oh, er sagt' locker, Bruder. Bruder, das war nicht. Bruder, das war nicht. Wie geht's? Wenn sie dich fragen, wie du bist, musst du sagen, dass du gut bist, wenn du nicht wirklich gut bist. Wie viel gibt die Freiheitsstatue in Tonnen? Boah! Wie war das? Die Frage ist auf die Buhnfiglen, muss man sagen. Schwierig, Digga! In Tonnen? Ja, ich hab das so scheiße. Ich hab mir auch mit zugegeben. Los! 1, 2, 3, 60! 8 Tonnen! 700! Boah, 8 Tonnen sind echt zu wenig, ich denke. Ja, Junge, hast du ja 8 Tonnen, oder Junge? Weißt du, warum ich dachte? Wer hat? Schwierig. Der war dann als deiner. Wie alt wurde die älteste Schildkröche? Jebat, die ist totalt. Echt? Schildkröme, richtig alt, ne? Ja. Okay, klar. 1, 2, 3, 800. Boah, zu viel, Digga. 180 Jahre. 256. Ja! Ich hab mich verloren. Wie wärst du? Ich hab 300. Du haufst nicht 6. Oh Junge, Digga, Mann! Ich schwöre! Ja, nur auf 10. Fick diese Aufladung, oder? Ich schwöre! Wie vielte Frage ist das? 15. Jetzt kann man schon ein bisschen... Jetzt kann man schon einen setzen, Digga. Komm! Kling! Der war echt schwer. Der war eigentlich auch 4, Digga. Ach! Aber war okay. War okay. War okay. Wie viel verdiente Mallorca 2017 an den Touristen? 2017? Da war noch nicht Alkoholverbot am Stand. Da lieb besser als... Ja, das ist wirklich schön. Da lieb echt ein Ruf. Allein stellen wir mal so Promi, der ist der Tourist, so ein auf den. Ich glaub, ich will... Der eskaliert Rutscheinboden. Ja, okay. Ganz Mallorca, Bruder. Okay, ich hab... Nein, nein, warte, warte. Scheiße, Bruder. Eins, zwei, drei. Okay. 17 Millionen. 15 Millionen. 100. 11,6 Milliarden. Milliarden? Wie viel hast du? 15 Millionen, Digga, Digga. Bruder, das macht ein Rich-Kid, macht das da an einem Tag, Digga. Das hab ich auch gesagt. Stell dir vor Promi, Bruder, der eskaliert einfach mal. Ihr habt euch so gefreut am Augenfolge mit 60 Jahren. Ach, der war stramm. Okay, noch drei Fragen, ne? Digga, jetzt, die letzten drei Stiege werden ganz saftig. Aber richtig. Wie lang ist eine ausgerollte Toilettenpapierrolle? Wie weit? Ich schwöre Hammergute Frage. Ich guck kurz. Tschüss. Hammergute Frage, hä? Nice. Das ist richtig gute Frage. Ich schwöre, ist Hammergute. Boah, schwer, Digga. Okay, eins, zwei, ich krieg safe. Fünfzig Meter. 100. 200. 20 Meter. Jawohl. Jetzt geht's los, Jungs. Ja, ja. Wer will ich nicht kriegen? Ich, Erik. Okay, er hat auch nicht so doll bei mir gemacht. Ich mach so gerade auf Karate-Mesisch. Mach Hand weg. Da war nichts. Da war nichts. Da war nichts. Egal, komm. Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. Da denkst du, bin dich, Bruder. Bauch ist trainiert. Ich hab ein bisschen Scheiße geschlagen. Bauch ist trainiert. Im Übrigen. Die Toja ist eigentlich der Benzin in Dubai, August 2018. Ich rufe kurz meinem Bruder an, er ist gerade in Dubai. Hey, Bruder. Entweder dick teuer oder vier günstiger als hier. Ein Liter in Dubai. Ich hab eins, zwei, drei. Zwanzig. Was? Ja, zehn. Ach so, ich hab ein und zwanzig der Liter. Ich hab fünfzig Cent. Fünfzehn? Sechzig Cent. Fünfzig Cent hab ich. Sechzig Cent. Ich hab nicht gefragt. Wer hat nicht? Du. Ja, fünfzig Cent. Ich brauche auch mal wieder einen Dekotainer. Letzter, ne? Vorletzter. Ja, scheiße. Die Mann treibt nicht rein. Ich schubert nicht gegen ihn wieder. Ich denke, Mann, die kommt zu spät und so auch. Ach. Ja, gehen noch, gehen noch. Fast Nippelwohnheit. Kleines Stück. Na, meine Nippelwohnheit. Ich weiß, wo ich jetzt trage. Bei Nico muss man gucken. Ja, außer wenn man es malen kann. Auf Stöhnen. Ja, auf Stöhnen. Er gibt Kopfnuss. Letzte jetzt, ne? Ja. Uff, okay. Ich will nicht verlieren. Offensichtlich Nico. Du. Wie viel Gramm Zucker hat ein Liter Coca-Cola? Okay. Eins. Warte, warte kurz. Ich muss euch überlegen. Zwei. Das ist viel zu viel, was ich habe. Drei. Ja, okay. Eins, zwei, drei. Zwanzig. Vierhundert. 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 Du krassierst auf jeden Fall über mir. Im letzten? Ja. Hundert. Hundertsechs Gramm. Oh mein Gott, ich hatte schon Herz raus. Ich dachte, Erik ging mir jetzt nicht. Der letzte Mal, oder? Ja. Ach, ja. Er sagt, ach, ey. Ey. Ehrlich? Rippebruch gleich. Der sagt, ach. Okay. Ich hab ihn auch nicht so doll gemacht. Aber trotzdem rippe, Digger. Alles gut. Ich krieg Nico noch kurz. Und dann passt das. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wenn ihr andere Leute habt, wie zum Beispiel Tobi oder so, kommt dran. Kriegt auch Verdingers. Ach. Wayne freut sich. Ja. 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 Ja.